So, das ist mein kleiner Zusammenschnitt aus den ersten Testversuchen. Die Turbine sollte mit Propangas betrieben werden und angedreht werden mit Elektromotor oder auch Tuk Tuk. Da haben wir beides ausprobiert. Hat nicht ganz funktioniert, wobei es teilweise schon ganz gut aussah. Das könnt ihr euch jetzt mal angucken. Musik 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 Ja, 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 ja. Zur Verbesserung haben wir jetzt mal zwei Ansatzpunkte, das ist einmal die hier zu sehende vordere Luftumlenkung, wo wir die Winkel noch verändern müssen und zweitens hinten ein Starter zwischen Brennkammer und Rotor, den wir noch einbauen müssen und dann schauen wir nochmal weiter. Untertitelung des ZDF, 2020